So, hallo Leute. Hardcore Team Deathmatch nochmal. Gleiche Lobby. Bisschen anders Spieler, weil manche gelieft sind und so. Äh, wer ist denn der am höchsten Lobby? Ich glaub, der Typ da... Freddy Prasse Lobby, der Typ weiß. Ich glaub, der ist... hat der das höchste Lobby. Hallo? Ich hab' weggeschoben. Bin ich gar nicht okay von dem. Erstmal Granade werfen. Bringt ihn jetzt aber... naja. Hallo? Ein Hit? Da muss der tot sein. Wir sind hier in Hardcore. Na gut, er hielt die Gegenmaschine wieder durch die Wand oder... Der Typ hat einfach... Alter! Den hab' ich jetzt grad' überhaupt nicht gesehen. Nein, da hab' ich mich zu... Das ganze Wasser war grad' weg. Sehr gut. Man sieht schon, dieses Spiel ist einfach... einfach nur atemberaubende Grafik und... Ja, oh, das ist halt auf Konsolen ausgelegt, muss man halt sagen. So, hab' ich sogar noch ein paar Splitter von der Handgranade abbekommen. Ein paar Rauch und so. Warum sprich' ich grad' so komisch abgeraubend? Keine Ahnung. Tja, bin ich wohl in einer Bronzene-Bärtlich vorbeigerannt, würd' ich mal sagen. Keine Ahnung, Küsse da oben. Alter. Ich glaub' ich glaub' ich sollte schon mal noch ein bisschen aimen, zumindest. Ich glaub' schon, empfehlens... Kommt mit empfehlenswert sein. Ja, wird empfehlenswert sein. So ist das. Sehr mit plant. Alter, ne, immer wenn ich jetzt... Warum drück' ich das überhaupt? Warum drück' ich überhaupt Escape? Sterb' ich doch einfach nur. Einfach... Der einzige Effekt von Escape drücken ist... Tod. Tod und verderben. Obwohl das in dem Spiel... Verderben eigentlich nicht ganz so... Naja. Wir sagen einfach nur, wenn denn das... Die KT werden ein bisschen schlecht durch. Es gibt so... Alter, immer dieses Hochklettern, ne? Das ist hammernaufig. Ja, haben wir mal ein bisschen aufgeräumt da, würde ich mal sagen. So, was ist eigentlich meine dritte Abschuss-Serie, die ich nicht gefunden hab? Vielleicht bekomm' ich die ja sogar noch. Ich hab' fast keine Muni mehr. Das ist nicht gut. Ich hab' ich dann eine Waffe haben. Oh, du hast sogar die gleiche Weg. Das finde ich voll sozial von dir. Boah, also du bist so asozial, ne? Ich hab' einfach töten, während ich da Ding drin bin. Ah, ich hab' nicht in Koffer ohne Statt. So. Oh, ich hab' nicht in Koffer. Oh, ich hab' nicht in Koffer. ich hab mit dem Hardcombo das ist die irgendwie nicht so lange wie nein warum hole ich jetzt alter jetzt will ich die Vorräte raus während Moment, warum darf ich mir den Vorräte grad hier rüber jetzt kann man schauen ob da irgendwelche Gegner rumhängen so alter da kann man Schuss irgendwie was kommt denn aus dem Vorräte was gut ist naja auf jeden Fall was annehmbares hoffentlich geht die jetzt in der Hardcom nicht so schnell direkt hoch so Gegner was hält der denn Gegner, hallo nö auch nö wovon ist doch einer es bleibt dieses Ding da an dem Stuhl dranhängen ja man ich bin gestorben sehr gut fkd what ja 1810 jetzt gerade noch 189 boah boah dieses Spielen ne das darf nicht wahr sein warum spawnt der Typ denn hinter mir das hat das hat unserem Ruf geschaffen hat man diesen Gegner grad herlaufen sehen der kam von da hinten der kam von da hinten boah alter naja gut diese Runde die Folge geht jetzt 5 Minuten 455 und ich bin erst im Team wo ich grad relativ abgekackt habe am Ende aber naja hier war mal eine andere Lobby Standard äh Abschluss bestätigen wir mal so was sind die hier alle ich bin jetzt Prestige 2 die sind hier Prestige 4 Prestige 5 Prestige 2 genau wie ich Prestige 5 Prestige 3 Prestige 5 8 Prestige 8 ist das so ja gut äh abbrechen wie gesagt meine kd ist nicht die beste aber zumindest positiv 1,04 1,04 mhm nur im Moment wo hab ich dann ja in irgendeinem Spielmodus hab ich ne ziemlich gute kd von Escobar also relativ gute kd von Escobar so noch schon ist ja grad ziemlich schnell geladen gell ja so ich glaub hier gibt's auch nicht diese Handgranatenbegrenzung da zumal Handgranaten ist ganz spät doch gut ich glaub es ist befreundete Handgranate sehr gut sehr gut sehr gut ich mach mal ne sehr gut sehr gut wir haben den Vorteil verloren ach so so wir haben die Führung übernommen ich will vielleicht mal kurz zumindest noch Vorrede bekommen ich hab hier grad irgendwie 200 Punkte grad so 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 hat 25 oder so er hat kaum noch gar nicht so oft nachladen jetzt können wir trotzdem vielleicht manchmal man bekommt ein Gegner eh mit zwei Schießen gut höchstens zwei Schießen ja oder außerdem schießt man daneben aber sowas würd ich übrigens machen ja also daneben schießen sowas mach ich noch nicht guck wie ihr seht ich hab äh Schönen Schüsse oder so gebraucht weil ich drei daneben geschossen hab what da bin ich an dem Gegner vorbeigerutscht und der konnte mich trotzdem noch von ja egal ich glaub nichts nein ich hab leider keine Vorrede bekommen so das hat ihm nicht mehr konzentriert und da war grad ein Gegner da ist auch ein Gegner also also wie viel hat der Bild schon grad ausgehalten ja gut ein Schuss oder was hat er zumindest noch ausgehalten und danach war er noch nicht tot sehr gut ja da hab ich grad mal wieder die Verbindung verloren das ist sehr gut äh ja jetzt haben wir grad mal live dabei wie ich wieder neu ins Internet reinkommen will ja ich warte nicht so Verbindung äh Dirk mal reinschauen oder wie ah ist ja was voll ja nein dann glaube ich ab Hardcore Abschluss bestätigt so so nächste Runde in der letzten sind wir hier rausgeflogen hijacked wenn man es sieht verdient euch euren Sold das ist wenn man die äh ja Karten kennt von Black Ops 2 dann weiß man das boah alter ne scheiß Camper einfach nur was soll denn das warum setzt man sich da hin und wartet einfach nur mach ich vielleicht manchmal auch aber nur ganz kurz wenn überhaupt äh wirklich sehr sehr kurz abschuss bestätigt abschuss bestätigt alter immer diese ja wo genau sind hab ich grad daneben geschossen hab ich grad irgendwie sah das grad so aus wenn ich nicht daneben geschossen hätte aber abschuss bestätigt abschuss bestätigt naja wir haben den Vorteil erhofft what oh es war eigentlich grad nicht so gewollt wir werden nicht durch die Wand durchschießen aber ich hab vergessen dass mir ja dass der Team Schaden im Hardcore an ist wir sind in den Front ja genau klau mir doch einfach die okay ah halt ich hätte fast schon wieder Team Kippe gegangen ne abschuss bestätigt alter ne alles was sie ist sehr gut ach komm ne oder so so ich bin wieder da abschuss bestätigt hat war auf weil ich ja gerade schon wieder rausgeflogen bin das Video übrigens außer sozial von dem Internet alter ne what alter spoilt er einfach mal durch die Wand durch oder was alter ne ich nehm jetzt einfach mal einfach mal so ne Schrot für mich warum auch immer weil die wahrscheinlich jetzt gerade mal einfach nur auf so ach komm warum schieße ich hier nicht sofort das ist doch weh da muss man ja nicht irgendwie noch näher hin was besseres zu treffen was besseres zu treffen ja leider konnte ich die Marke nicht mehr einsammeln was alles was ärgerlich ist warum werfe ich da grad naja ne ist denn der Text aus dem Web raus Alter feindliche Kontakdrohne sag mal ich steck doch mal was aufs Alter ich seh eben ich seh nicht Alter wirst du mich verarschen ist doch ein Schatz alter ach ja da war grad ein Gegner ich schaue erstmal in die Richtung bevor ich wieder von Tagessorhne schaue Alter wo wurde ich Die sind Hundes, so? Aha, sehr gut. Das war grad nicht gut. Ich kann eine Send-X-Werk. Nein. Ich bin noch zwei, noch zwei der im Team. die bildschirm 3 aber wenn das spiel an vielleicht mal gemacht gemacht Aber die sind jetzt explodiert Alter. Alter, wenn ich meinen Hitmarker bekomme, also... Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Abschluss verwehrt. Alter, das darf nicht sein. Das war Folge 8, bis zum nächsten Mal.